An deiner Stelle würde ich mir um Bärchens Nervensorge machen. Ist ein bisschen Reiz bei der Gute heute. Ja, weil du so aggressiv bist. Kommst du mit deiner Laune rein? Hey, meine Laune ist super. Na, Glückwunsch. Du hast es wieder geschafft. Was ist denn los? Ist doch sonst nicht so. Ja, war's wohl. Sie sind sieben heute. Hätt's mir mal vorher sagen können. Bis es unseren Frauen verstehe. Just thinking. Wollt, wollt. Okay, I think I have to say sorry for what happened. I'm sorry. I don't believe you. Come on. Out front is our housewarming party. Your party. Seit wann geht das wieder? Herrgott, das war doch nur ein paar Mal. Ich hab sie zufällig im Schröders wieder getroffen. Hast du dir ein bisschen dein Ego polieren lassen? Och, hab ich was bei dir gesagt? Ich hab Mike noch nicht mal die Freundschaft gekündigt, als jeder was zusammen hatte. Mike ist auch nicht halb so alt wie du. Was macht er überhaupt bei dir in der scheiß Galerie? Anstoßen. Mike wird im Herbst euer Teamleiter. Das ist nicht witzig. Er war ganz... Ich hab' mich rewatch Pens девIEoo. Ich bin gjort. Ich hab' verduchte dich. Benni vonmorgen. yt Untertitelung des ZDF, 2020